Prost zum Anfang der Safari Kein Flugzeug Das ist der Eingang zur Küche unseres Camps. Da ist unser Hoteltrakt, Restaurationsbetrieb, Günderszelt. Unsure ins Zelt, mein Zelt, der Vorbau, Waschbecken, und hier ist Badezimmer mit Toilette. Dusche, warm und kalt. Soll ich die Auslage mal messen? Ja, messen wir sicher. Ja, das ist ein ältere Büffel. Wenn gemessen wird, der Helm geht er ja im Grunde genommen so. Ne, wird gemessen von hier. 30. So wird er gemessen. Ja, habe ich schon gesagt. Ja. 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 Ja, ist ja okay. Aber wir haben ja hinten auch eine Keule liegen. Na ja, die kriegst du dann, kannst du abknabbern. Na ja. Ich hatte dich verschmerzt. Das ist die Warmwasserversorgung. Hier wird ein Kessel wasserheiß gemacht. Hier wird dann hochgepumpt in den Behälter und läuft von da aus in die Duschen. Das ist offenbar der Behälter fürs Kaltwasser. Ja. Jawohl. Ja. 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 Das sind Puckus, eine hier geschützte Antilobenart. Die Gelbfuß Moor Antilobe, die es nur im Quilombeerotal gibt. Sind das jetzt Fischer aus dem Fischerdorf? Der ist besser als den, den du hast. Getroffen. Es wird gesucht. Sie sind auf der Fährte. Hans-Joachim, Weidmannsheil. Ja, Weidmannsdank. Am 18. Januar, ich habe das Datum hier drin. Halb zwölf. Starker Warzenkeiler. Sauberer Blattschuss. Stärker als dein letzter? Ich glaube schon. War nicht. Nee, der ist stärker als dein andere. Der wollte sterben, der kam noch mal hoch. Der ist über dem Fluss gegangen. Jetzt weißt du, war auf die andere Seite? Siehst du, der ist noch nass bis hier. Dann kam er noch mal hoch. Ja, der ist gut, das sieht man. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Er ist gut. Hahahaha Das sind die Evalides, die Leute das wird er verladen komplett wir wollen uns nicht in die hunde der büffeljäger auf was ist denn da hat es Spaß gemacht naja dann okay vollmann oder teilmann Jetzt? Ja. Okay. Ja. Ja. Und wir werden es hier in der Kamm. Ja. Da ist der Herd. Ja. Ich bin bereit für die Kwanze. Ja. Ja. Sehr gut. So, jetzt nimm dir mal. Nein, nein, nein. No way. Das ist jetzt unser letztes gemeinsames Frühstück, oder? Nein, morgen früh. Ja, morgen früh. Ja, morgen. Ob alle zusammen, das ist noch die Frage. Morgen werden wir im Dunkeln munkeln. So viel Zeit haben wir nicht, aber leckeres Sachen kriegen wir trotzdem. Ja, das ist klar. Mensch du, bei mir waren ja die Fenster zu im Zelt gestern mit dem Schurm. Aber. Ja. Jetzt hat er mein Kleiderregal umgeschmissen. Weil ich mein Koffer da fliege und sah bei mir aus wie die Hölle. Alles solche Namen. Wie heißt es nicht? Nein, nein. Nichts. Nein, nein. Nein, nein. Herrkauiz. oris. Herrkauiz. Herrkauiz. Ich wille den Wörterfos. Herrkauiz. 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 Frauivert. Das ist das Hegeldeckchen auf unserer Saftflasher. Das muss nicht blinken, wenn ich dich filme, geht es auch rot. Das ist mein moindliches Frühstück. Cholesterin anreichend. Das ist das Serviette von Hans Joachim. Du bist auch etwas rückständig, muss ich sagen. Sie verspäten in der Weihnachtszeit. Ja, ja. Merry Christmas. Ja, vielleicht heißt das ja was anderes hier. Das ist schon Siesta, was wir machen vor dem Essen. Das ist wahrscheinlich schon Dinner, oder? Ja. Das ist die Hengas-Mahlzeit. Das letzte Mittagessen. Ja. 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 Also, you're the first man ever to escape from this octopus death grip. How did you do it? Yeah. I said, come on, here, coach. Can you keep going? I'm not too many. Yeah, I'm not too many. I'm not too many. So, the coach says, you know, how did you do it? My hand, I couldn't move it one second. My hand with my left leg, I couldn't move that. I couldn't move anything at all. And then, suddenly, I saw a pair of testicles hanging down in front of my face. Like that. The bold medal, you know, for the world title. I bit these balls. World title, I saw the key. I bit these balls. I just sunk my teeth into it. You'd be amazed how much strength you get when you bite your own balls. Was habt ihr euch denn so beeilt? Wir haben hier auf euch gewartet. Der erste Pferd ist weg. Ja, für mich. Das Schiebwerk ist links bei. Das Schiebwerk schiebt die Fähre. Der ganze Verkehrsmitglied ist das Fahrrad hier. Der Name auch nicht. Das ist ein Oberwildführer. Und der kommt dem ganzen Rommel zu. Was hat er denn gehabt? karibu sana kaputt machen kaputt alles drauf der station die fahrer und hier aus starten wir mit einem sonderzug nach gare salam da hinten in die fahrer da waren auch noch einige sehr schöne häuser aus der kolonial ja 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 david you are a casa nova eine dorfschöne und hier wird gras gemäht ja ja Sie wollen Casanova? Ja, du verstehst? Meine Frau? Nein, das ist nicht meine Frau. Das ist Shalom's Secretariat. Du bist ein Komplett. Ja, du bist ein Komplett. Das ist unser Sonderzug. Die Staffel haben sich nicht filmen, aber was machst du da von dir? So sieht das jetzt nicht anders aus. Und der versucht sich in der Landwirtschaft. Geht dir nichts ab. Bye, bye. Bye, bye. So, das ist jetzt unsere Satzung. Und er hat die gesamten Verantwortung. Ein Triebwagen aus der DDR. Die ganze Sache ist etwas rumpelig. Strecke an einer kleinen Station und müssen angeblich bis 4 Uhr, also 5 Stunden warten, da irgendwo Gleise kaputt sind. Gerne. Das ist ja genau. Und wenn hier also ein Kamm kommt. Ich nehme die Kamm kommt. Und hier... Und hier. Ich nehme die Kamm kommt. Wenn hier um, wie, ist das GBT? Und das ist das für uns? Wir müssen uns Datkammare. Nein. Was sind die Kammel für die Kammel? Ich nehme die Kammel. Sie sind die. Sehr, schön. Sie sind die Kammel für die Kammel. Und wenn du nicht so, Das ist jetzt hier in einem Dorf nahe der Station. Selbstgebrachte Spielsachen, das ist eine eingeborene Hütte hier. Das ist ein Foto des KDW des Ortes. Ihr kommt noch mit dabei. Das ist ein Foto des KDW. Bude. Bacca Kuhle? Tschüss. Knappallen, ein Kaffee, ein Tee, ein Schöne-Mite. Und mit Schöne-Mite. Und mit Schöne-Mite. Ja, ja. Afrika-Gerl. Das ist die Preisliste. Ein Zufjan, unser bestes Stück. Ja. Ja. Mal gucken, mal gucken. Ja. Ja. Wo merken! Wo merken! Leider darf man hier nicht überall filmen. Im Hintergrund sehen wir die Rupero Mountains. So, ist auf Reck. Ja, nun sag mal, das soll er mal weiter sägen. Seh ich mal. Ja. Meister. Meestro. Schneidermeister. Meck, meck, meck. Ja. Einmal weiter. Osroll. Findet ihr? Es ist kaum gesagt. Sie sagen, sie wollen, sie wollen einen Mann. Sie sagen, sie wollen ein Mann. Sie sagen, sie wollen einen Mann. ukan. Sie sagen, sie wollen einen Mann. von hand gedreht und wieder auf dem pflaster ja da werden ein hippo gut für das ding auf die füße das gleiche abfahrt jetzt geht es los tanzania express sieben stunden stehen wir jetzt hier rum vergammelt james du bist du schuld hat sich in sein schicksal ergeben das ist jetzt unsere hankers malzeit abgeholt zum fluchhafen und dann geht es ab nach london damit ist unsere safari beendet endet